Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir ein Himmelbett. Wir brauchen Pappe, Zuckerwattestäbchen, Perlenstoff, Schaumstoff, Zahnstocher, einen Knopf, Streichholzschachteln, Briefklammerköpfe und Geschenkband. Für das Himmelbett schneiden wir zunächst einen Kopf und ein Fußteil aus und kleben es an Zuckerwattestäbchen. Links und rechts. Für die Liegefläche nehmen wir zwei Pappstücke, kleben sie aufeinander und kleben sie dann an das Kopfteil des Bettes. Dann nehmen wir wieder zwei Pappteile, kleben sie aufeinander, bemalen sie mit weißer Acrylfarbe, das wird die Matratze, und kleben sie dann auf die Liegefläche des Bettes. Jetzt nehmen wir zwei Pappstreifen und kleben sie links und rechts bzw. seitlich an die Liegefläche und die Matratze. Jetzt noch das Fußteil ankleben. Für den Nachttisch nehmen wir Streichholzschachteln und halbieren sie, also wir schneiden sie in zwei Hälften. Auch die Schachtel innen drin wird in der Mitte durchgeschnitten. Und dann kleben wir beide Hälften aufeinander. Und um das Ganze ein bisschen zu verschönern und ein bisschen stabiler zu machen, kleben wir von allen Seiten Pappe an, nur nicht von vorne und von oben. Das machen wir dann später. Jetzt noch alles überstehende kürzen und zurechtschneiden. Jetzt kommt die Oberseite dran. Hierfür nehmen wir ein Stück Pappe, was an allen Seiten ein bisschen übersteht. Die Schubladen kriegen auch vorne noch eine Front aufgeklebt. Briefklammerköpfe ergeben die Griffe. Für die Nachttischlampe nehmen wir einen Deckel, kleben eine Perle hinein und Zahnstocher als Fuß oder Bein. Die Zahnstocher noch kürzen und an einen Knopf als Fuß kleben. Hier kann man schon ganz gut erkennen, was es wird. Das Himmelbett in braune Acrylfarbe bemalen. Dann malen wir auch noch Perlen an, die kommen später auf das Himmelbett obendrauf. Den Nachttisch in brauner und goldener Acrylfarbe bemalen und die Nachttischlampe in goldener und vanillefarben Acrylfarbe. Jetzt kommen wir an die Bettdecken und an die Kissen. Hierfür nehmen wir einfach Pappe und wickeln sie in Schaumstoff ein. Und jetzt bekleben wir sie einfach mit Stoff. Für die Bettvorhänge nehmen wir Samtstoff und schlagen die Seiten jeweils um und kleben sie fest. Wer besser nähen kann als ich, kann das natürlich auch nähen. Dann sieht es noch schöner aus. Dann schlagen wir den Stoff wieder um, sodass eine Schlaufe entsteht, wo ein Zuckerwattestäbchen durchpasst. Und die andere Seite des Stoffes schlagen wir auch nochmal um und kleben sie fest, sodass der Vorhang dann so aussieht. Den Vorhang fädeln wir dann auf Zuckerwattestäbchen auf, die wir vorher braun angemalt haben und kleben sie an das Bettgestell. Wenn alle Vorhänge hängen, nehmen wir noch Geschenkband und schnüren alle Vorhänge zusammen und bilden überall eine Schleife. Am Schluss kommen noch die bemalten Perlen oben in die Ecken des Bettes. Dann wünsche ich euch allen wunderschöne Träume. Übrigens, wer noch einen Wecker oder Bücher basteln will, findet sie hier auch in meinem Bastelkanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald. Eure Steffi Eure Steffi Eure Steffi Eure Steffi Eure Steffi Eure Steffi